Herr Mayer, ganz, ganz herzliche Gratulation. Erzähl uns, was geht im Moment ab? Was geht dir durch den Kopf? Ja, so viele Emotionen, das kann ich gar nicht. Ich weiss nicht, im Moment bin ich einfach überglücklich. Ja, das ist einfach super geil. Deine Geschichte ist ganz verrückt. Wenn jemand vor einem Jahr sagte, du stehst heute hier und feierst den Meistertitel, was hättest du ihm gesagt? Ich hätte ihm geglaubt. Ich habe nie aufgegeben, ich habe sicher nie um nie gezwifelt in Situationen, aber... Ich habe gewusst, was ich machen wollte, ich habe gecampt, ich bin... Ja, ich weiss es auch nicht, im Moment kann ich es gar nicht mehr sagen. Es ist aber auch immer wieder im Moment geniessen. Ich habe es verdient und darum stehe ich heute hier. Danke vielmals.